Mein Name ist Bruno Araujo, ich bin 14 Jahre alt, ich spiele im Sturm und bin Linksaußenspieler. Meine bisherigen Vereine waren der TSV Heimerding, der SV Porus und der TSV Ditzing. Meine Ziele mit der Mannschaft ist, Klassenerhalts zu, also jetzt für eine Liga bleiben und die persönlichen Ziele, mich immer weiter zu entwickeln und immer besser zu werden.